durch die dritte staffel 7 vs wild habe ich das erste mal den namen vanessa blank gehört sagt mir überhaupt nichts sie ist wohl so einer macht so ein abenteuerkanal prepper und so weiter und dann kriege ich hier im chat mit dass irgendwie stay mal wieder auf irgendjemanden einschlägt gut stay ist jetzt nun wirklich keine gute quelle und er macht ja sehr sehr vieles für klicks und benimmt sich meistens wie die axt im walde die man ja auch schon an seinem verhalten über krebskranke menschen gesehen hat jetzt nicht nur zerstörung der aktion streaming with heart wo die deutsche krebshilfe großen schaden erlitten hat weil sie spenden nicht gekriegt hat sondern auch dass er sich wohl lustig gemacht hat über eine krebserkrankung eines menschen dessen auftreten und meinung ihm nicht gefällt jetzt soll er wohl ich schaue mir das aber auch da nicht an gegen vanessa blank schießen weil die wohl mal geschwurbelt haben soll so äußere ich mich und dann hat man mir gesagt es gibt ein video das heißt ich bin wütend ist das der neue standard das hat relativ viele dislikes wie ich sehe und dann will ich mir das mal in ruhe anschauen eines musik vorweg sagen unabhängig was jetzt in dem video kommt und das hat ja wohl mit der corona zeit zu tun in der corona phase in der hochphase von corona hat jeder von uns sich mehr oder weniger irrational verhalten ängste anders verarbeitet weil das halt eine situation ist mit der wir noch nie konfrontiert waren das letzte mal wo es sowas gab die spanische krippe das hat wohl keiner mehr ja wirklich erlebt also dann müsste man ja über 100 jahre alt sein um das bewusst miterlebt zu haben und dementsprechend gab es in alle richtungen überreaktionen einerseits kleine abspaltung der corona leugner was auch teils durch fehlende einordnung fehlende geistige kapazität anderer art verarbeitung von ängsten passiert ist oder die leute die es komplett übertrieben haben indem sie impffanatiker wurden und gesagt haben das müssen wir da müssen wir impfen da müssen wir impfen ich zähle mich jetzt mal selbst zu diesen leuten die gesagt haben hier lieber einmal zu viel impfen als einmal zu wenig also ich bin viermal geimpft und einmal genesen und da hat ja auch jens spahn gesagt dass wir uns viel verzeihen müssen und uns viel entschuldigen müssen jeder man sollte das den leuten nicht nicht nachtragen wenn sie einen wieder positiven weg eingeschlagen haben man muss jetzt nicht negativbeispiele wie ein leon lovelock nehmen der jenseits von gut und böse ist sondern es gibt ja genügend menschen die wie sich wieder gefangen haben und da wäre es unfair menschen in emotionalen ausnahmesituationen die vielleicht damals geschwurbelt haben heute noch in diese ecke zu stellen aber ich bin gespannt was sie so von sich gegeben hat das video ist zwei monate alt also noch nicht so alt ich bin wütend ich bin richtig wütend bekennst du dich in der öffentlichkeit dazu ein prepper zu sein wirst du sofort als rechts abgestempelt der kritik hat sie ja nicht unrecht dass das oft kommt prepper das kennt man vor allem aus den usa also wer es nicht weiß das sind leute die sich preparen auf irgendwelche schlimmen szenarien wobei auch ihr die bundesregierung und katastrophenschutz dazu auffordern dass man sich vorbereitet dass man wasserfilter hat oder trinkwasser vorrätig und gewisse konserven und so weiter unten taschenradio mit kurbel dass das wird ja auch schon als prepper eingestuft und auch auch ich hatte mich in der krone phase vorbereitet ich habe auch ihren wasserfilter liegen und damals hat es mir auch in england geholfen dass ich vorräte hatte weil ich nicht raus musste das wäre wahrscheinlich auch als prepper eingestuft worden sagst du du bist vorbereitet auf verschiedene szenarien schwingt sofort die rechtskeule über dir ich frage mich warum woher kommt dieses denken ja ich bin prepper ja ich bin selbstversorger ja ich bin auch verschiedenste szenarien vorbereitet ich kann kochen ohne strom ich habe lebensmittel für mehrere wochen zu hause kann heizen ohne strom übrigens genau das was von offizieller seite der bundesregierung sogar empfohlen wird da hat sie vollkommen recht das wird zu empfohlen und ist ja nicht schlecht wenn man so etwas kann warum wird man dann trotzdem sofort abgestempelt ich bin die vanessa blank von bushcraft und abenteuer und möchte mit euch heute mal hinter dieses thema blicken ab und wann wirft man mir an den kopf dass ich schwurbler bin dass ich nur noch schwurbler themen bearbeite und dass meine videos absolut in die rechte ecke abgedriftet sind ich finde das ja wirklich wahnsinn wenn man sowas jemanden an den kopf wirft den man so gut wie gar nicht kennt ich bin absolut nicht rechts und ich habe das auch immer wieder betont ich habe absolut nichts gegen ausländer ja das einzige dass ich wirklich vertreten kann ist dass ich der meinung bin dass wenn jemand nach deutschland kommt dann soll er sich an die deutsche kultur halten an die deutschen regeln halten und sich einfach ein integrieren das ist meine ansicht ich habe eine vernünftige ansicht das wird wohl jedes land zu verlangen und jede gesellschaft selbst ausländisches blut in mir fließen jetzt wird es ein bisschen seltsam ausländisches blut also schwierige formulierung wie kann ich also recht sein dies fließen wie kann ich also recht sein das ist meine ansicht ich habe selbst ausländisches blut in mir fließen wie kann ich also recht sein doch das geht ganz einfach das kann ich erklären also ist in deutschland die größte rechtsradikale gruppierung die wir haben sind die grauen wölfe das sind türkische neonazis und rechtsradikalismus hat nichts mit der nationalität oder herkunft zu tun in jedem land gibt es rechtsradikale schauen wir frau national in frankreich oder die liga nord in italien oder ja auch putin würde ich sagen ist stramm rechts national nationalistisch ungarn victor orban erdogan islamofaschistisch nationalistisch also das ist jetzt nicht ein deutsches patent dieser vorwurf ist also absolut unbegründet aber dennoch macht es mich nachdenklich weil ich mich frage woher kommt dieses gedankengut warum ist es in der deutschen gesellschaft so verwurzelt dass prepper automatisch rechts sind das ist eigentlich recht simpel zu erklären denn wenn man mal auf die zeit vor corona blickt ja dann waren in den öffentlich rechtlichen medien alle prepper spinner man braucht sich ja bloß reportagen anschauen wie das treppen dort belichtet wird welche gewichtung es bekommt und wie man abgestempelt wird da hat sie auch wieder ein bisschen recht ich habe das nie so abgestempelt weil weil ich ja auch in so kriegs und krisengebieten unterwegs war auch schon ab 2008 also ich war ja auch im vom bürgerkrieg zerstörten liberia unterwegs und weiß was wirkliche armut bedeutet auch in den slums war ich dort unterwegs und dann ab 2014 in den kriegsgebieten des iraks in syrien zerstörtes mosul richtung kraka und so weiter unterwegs und in schengal unterwegs da gibt es gewisse sachen die man halt vorrätig hat und da weiß man wenn mal was passieren kann macht es einfach sinn dass man gewisse dass man sachen hat das hat jetzt nicht überhaupt nichts mit recht zu tun sondern das ist einfach eine lebenserfahrung weil man weiß was ist das notwendigste auf was kommt es an aber das können wahrscheinlich die meisten nicht einordnen weil sie noch nie im krieg waren dabei rückt ja auch näher wie wir an der ukraine sehen dann kam corona und plötzlich war preppen war selbstversorgung in ja schaut mal her die leute die brauchen nicht in den supermarkt gehen die können sich vollkommen abisolieren die haben alles zu hause was sie brauchen und plötzlich wurde das in ein anderes licht gerückt aber dennoch hat dieses thema immer noch eine massive negative behaftung kurz nach corona waren die prepper aber sofort wieder abgestempelt man war sofort wieder in die spinnerecke gestellt und ein gutes beispiel ist hier mein freund jörg sprawe der spiegel auf den haben wir schon reagiert und der typ macht ja kohle mit mit der panik und seinen blöden was sind das hier armbrüsten also das ist das ist berechtigterweise eine sehr umstrittene person was der so schwurbelei von sich gegeben hat also da gibt es auch nicht zu verteidigen hat sich angekündigt sie möchten eine neutrale berichterstattung eine neutrale reportage über seinen waffenhandel machen und wenn man wenn man über jörg sprawe eine neutrale reportage macht dann wird er halt in die rechte ecke gestellt das ist halt einfach so er hat sich er hat er wird er wird dort nicht reingestellt sondern er steht in dieser ecke und er ist einer der profitiere profiteure sagt man ja genau profiteure dieser panik und er schürt sie ja selbst also das ist nun wirklich ein extrem schlechtes beispiel und da muss ich in dem bereich im gerade im bereich jörg sprawe egal was man von stay halt mag da hat er halt einfach recht also es gibt da keine andere meinung aber die sind halt falsch sie wollen einfach einen blick hinter die kulissen der jörg hat eine e-mail in seinem kürzlich veröffentlichten video eingeblendet wo eine ganz normale anfrage gestellt wird und nichts davon dass es in irgendeine ecke abgestempelt wird ja gut die werden auch nicht schreiben sehr geehrter herr sprawe sie sind uns aufgefallen durch schwurbelei und dumm geschwätz wir würden gerne bei ihnen tränen um das mal der bevölkerung zu zeigen klar dann lädt er sie ja nicht ein das soll ich bestimmt denken das ende vom lied war dass hier die geschichte total verzerrt wurde und der jörg und auch alle prepper sofort wieder abgestempelt und in die ecke gestellt worden sind ja ich würde er eher sagen dass jemand wie jörg sprawe den preppern massiv schaden zufügt mit seinem auftreten ein prägnanter satz der mir in erinnerung geblieben ist ist die aussage das panikorchester spielt die alte leier also quasi alle menschen die sich vorbereiten sind total abgedriftet machen nur jemand der der mit waffen handelt und dass da seinen großen profit drin sieht und deswegen allerlei unsinn von sich gibt den kann man schon kritisieren unnötig panik denn es gibt gar keinen grund zur beunruhigung aber ich sage euch was langsam kommt ein umdenken in der gesellschaft langsam sind die prepper nicht mehr nur die spinner weil die bevölkerung schlicht und einfach angst hat ich die angst der bevölkerung absolut legitim kann ich absolut nachvollziehen und ich sehe oder stehe dem ganzen auch sehr kritisch gegenüber unsere gute frau außenministerin baerbock hat erst kürzlich eine aussage getätigt bla 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 ich zitiere wir befinden uns im krieg gegen russland nein nein das hat sie so nicht gesagt das ist halt einfach falsch das ist halt nein das hat sie einfach nicht gesagt ich kann jetzt mal ich suche mal das originalzitat aus einem denn natürlich hat dankeschön so 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 we are fighting war against russia ja wir kämpfen ein krieg gegen oder mit russland einen krieg wir sind nicht im krieg aber wie hat sie es genau formuliert damit hier noch mal reinhören unsere gute frau außenministerin baerbock hat erst kürzlich eine aussage getätigt bla 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 ich zitiere wir befinden uns im krieg gegen russland genau das hat sie gerade nicht gesagt sie hat sie hat anna baerbock hat ausdrücklich nicht gesagt dass wir im krieg gegen russland sind sondern wir kämpfen einen krieg gegen russland das ist ein riesiger unterschied das eine ist nämlich eine kriegserklärung die sie übrigens gar nicht treffen kann dafür ist laut unserer verfassung der bundespräsident zuständig und sie hat über die europäischen partner geredet und die angriffe und auch den diverse die diversen angriffe durch russland schon seit den letzten zehn jahren die hybride kriegsführung und die genaue englische formulierung war we are fighting war against russia wir kämpfen einen krieg gegen russland und anna baerbock hat ausdrücklich nicht gesagt wir sind im krieg gegen oder mit russland da lügt die dame hier im video diese aussage wurde zwar kurz darauf wieder revidiert aber so nein wurde nicht revidiert sie wurde nur richtig eingeordnet weil die meisten zu dumm waren englisch zu verstehen oder anna baerbock absichtlich missverstehen wollten um in ihrer sexistischen art und weise gegen eine doch recht stabile ausministerin zu hetzen bleibt im gedächtnis so was bleibt stehen man muss sich bewusst machen will genau es bleibt im gedächtnis diese lüge bleibt im gedächtnis dass sie auch die taktik der rechten schwurbler indem sie anna baerbock diffamiert haben und ihr worte in den mund gelegt haben was jetzt hier auch die dame macht die sie nie so getätigt hat liefern schwerstes kriegsgerät in die ukraine und russland wertet diese einmischung in den krieg ganz klar als provokation schwachsinn ist einfach schwachsinn gut sie hat offensichtlich keine ahnung von außenpolitik als kriegserklärung ok ich nehme es zurück ich nehme es zurück es ist schwurbelei sorry stay hat recht an der stelle das war es an der stelle schon ich dachte ich dachte ich dachte wirklich dass der hier ins klo gegriffen hat aber nein das war sorry das war es komplett einfach recht das war die ersten vier minuten als kriegserklärung das ist so dumm es ist wird wir schicken geschicken waffen zur verteidigung ist keine kriegserklärung auch völkerrechtlich nicht das ist halt einfach ist sie redet halt einfach daher gequillten scheiß es ist einfach scheiß und es ist schwurbelei und ich möchte nicht auf der zielscheibe von russland stehen sage ich euch ganz ehrlich man weiß ok wir sollen also unsere freiheitlich demokratische grundordnung ihre wer unsere werte unsere kultur so wie sie ja vorhin die sie ja eingefordert hat von menschen die zu uns kommen von flüchtlingen zum beispiel migranten die sollen wir aufgeben unsere aufgeklärte gesellschaft weil wir angst haben vor einem durchgeknallten typen der im kreml sitzt einem despoten wo man weiß dass man despoten nicht mit appeasement beschwichtigung entgegentreten darf weil sie ansonsten aggressiver werden sondern nur mit einer harten hand man muss mit putin auf die fresse hauen damit er verhandlungsbereit ist so hat es glaube ich heute sogar einer seiner oligarchen ausgedrückt dass er das dass er mal richtig aufs maul braucht das ist einfach das was die dame hier von sich gibt ist es ist schwurbelei und es ist dumm das ist üblich klassische klassische putin propaganda aller rt deutsch wie sich das ganze hoch schaukelt also schockt sich gar nichts hoch in dem moment wo man es zulässt kommt immer mehr wir haben es ja an der krim gesehen da reichen kleinigkeiten aus um das ganze wirklich eskalieren zu lassen und man muss wie soll es denn noch eskalieren da wird ein land aber da wird ein land überfallen in unserer direkten nachbarschaft weil es sich westlich orientieren möchte weil die menschen frei leben möchten durch angebliche russische soldaten die im urlaub sind und sich verlaufen haben und dann wird wird butcher gibt es kriegsverbrechen werden frauen und kinder vergewaltigt und abgeschlachtet wenn wenn schulen bombardiert und sie redet es könnte es wie soll es denn das kalieren was ist denn das ist doch schon die maximale eskalation unsere unsere verdammte pflicht aufgrund unserer werteordnung ist es diesem dieser tyrannei entgegenzutreten diesen verbrechen außer man ist ein angsthase und scheißt auf die werte unserer gesellschaft und ist dementsprechend nah am vaterlandsverrat vaterlandslose gesellen an der afd sich bewusst werden russland ist eine atommacht also jetzt kommt das das war ja klar diese atommacht diskussion meine güte ok dann sollen wir uns immer unterwerfen jemand hat eine atombombe wir unterwerfen uns kannst du sich nicht ausdenken mit dem ist absolut nicht zu spaßen und das macht sich wirklich im inneren der bevölkerung jetzt langsam auch bereit dass die leute sich nicht wohlfühlen damit dass die politik hier ganz anders handelt als es die deutsche bevölkerung eigentlich möchte denn die deutsche bevölkerung erstmal die mehrheit der deutschen bevölkerung steht hinter diesen waffenlieferungen die mehrheit der deutschen bevölkerung möchte die freiheit verteidigen und möchte auch nicht unter russischer herrschaft leben die mehrheit der bevölkerung ist nicht so dumm wie diese dame hier also vanessa plank zieht hier wirklich geistig komplett blank atommacht ist doch absolut irrelevant ob jemand eine atombombe hat es gibt keinen schöneren tod als den tod mittels atombombe das kann ich auch gerne könnte ja auch ein clip daraus machen also damit kann man mich ja nicht einschüchtern mit einer atombombe das ist einfach das ist eigentlich ist es die sexiest ist die wie sagt man da sexiest art to die ganz einfach war wo wofür haben wir wovor haben wir denn genau angst wenn wir sterben keiner von uns hat doch angst davor dass auch mal vorbei ist wegen einem persönlich das interessiert gar keinen die eigentliche angst bei vor dem tod besteht darin oder die apple dass diese überlebenswillen besteht darin dass man nicht mehr möchte dass menschen trauern dass das die leute die man liebt dann bei der beerdigung sind das ist das eigentlich dieser schmerz ist eigentlich das was die große angst vom tod ist zumindest sehe ich das so und bei der atombombe ist es wunderbar da gibt es keinen der traut weil einfach alle tot sind und das relativ schnell also wenn das passiert meine güte c'est la vie verdampfe ich relativ schnell gut ich möchte jetzt auch nicht dahin vegetieren verstrahlt aber so ein paar kilometer radius wird das schon eigentlich eine ganz nice art und weise wird eh nicht passieren dass die atombombe ist nachweislich gar kein faktor der ein berechnet wird sie sie wäre nur ein faktor wenn sie in fünf sechs jahren nicht mehr vorhanden wäre aber sie steht halt auf beiden seiten der gleichung und dementsprechend kann ich sie auch ausstreichen das lernt man auch in mathematik der großteil der bevölkerung möchte diese einmischung in den krieg nicht aus genau dieser angst heraus und in der german angst angst ist kein guter ratgeber in letzten wochen wie gesagt merke ich dass so langsam ein umdenken kommt dass die prepper mehr als zu corona zeiten zur normalität werden das ist dann bedenklich wenn die mehrheit wenn die mehrheit der bevölkerung angeblich paranoide trottel wären so das sehe ich überhaupt nicht höchstens die propaganda die russische wird stärker weil man halt verliert und deswegen aktiviert man halt dann solche leichtgläubigen menschen wie diese frau vanessa plenk sind so ein paar details die sind mir immer wieder aufgefallen in der letzten zeit zum einen natürlich das merke ich aber auch andere youtuber die diese themen aufgreifen dass man einen großen zulauf bekommt wenn man diese themen behandelt dass sich die leute vermehrt für die themen interessieren krisen ist auch nicht so die bubbles ziehen hin und her und die sind sehr sehr aktiv und laut und wenn jemand jemand rumprollt hat er noch lange nicht recht es ist eine ist eine kleine aber sehr laute minderheit die so bildungsfern und unintelligent denkt vorbereitung verschiedenste szenarien und ganz wichtig wenn ihr in die supermärkte geht dann seht ihr dass viel mehr dosen oder wirkliche dauerwaren im angebot sind viel mehr als sonst bei mir in den supermärkten nein nein überhaupt nicht das wird auch unsinn supermärkten waren in den letzten wochen immer richtige paletten da waren dann so eingeschweißte kartons mit früchten bohnen gurken alles was sich eben wirklich lange lagern lässt bei aldi das kauft man da und das war direkt an der kasse aufgebaut und jede woche war etwas anderes im angebot und das hatten wir davor so noch nie moment da habe ich richtige taste für die aussage schichten aus dem paulaner garten da fragt man sich warum reagiert der handel so ganz einfach weil die nachfrage da ist ich habe kürzlich in einem heft von der volkshochschule geblättert und habe hier einen ganz interessanten kurs gefunden gab es so davor noch nie ganz sicher zumindest nicht in meiner ecke ein selbsthilfe kurs für den katastrophenfall das werden die themen behelfs trinkwassergewinnung kochen ohne strom löschen von bränden überleben im brandfahrt bietet sie es an du meine güte nur nur weil es jetzt also das sagt das ist halt der unterschied zwischen der subjektiven und der objektiven wahrnehmung sie sieht nur die anzeichen die sie sehen möchte blendet den rest aus und glaubt daher dass dass es solche angebote jetzt im supermarkt gibt was es vorher nicht etwas hat einfach nicht stimmt also an der kette arbeitet im einzelhandel und sagt ja auch das ist schwachsinn ich war jetzt auch im supermarkt letztens das ist halt und sie redet hat kompletten scheiß es ist scheiß was sie dort redet dafür gibt es auch keine grundlage das ist einfach nur ihre subjektive wahrnehmung und sie sucht sich die punkte raus die ihre verquere meinung bestätigen und ja das so so funktioniert das bei die bei den schwurplan leider die glauben dass das aluhut vorstellung es ist halt aber halt schwachsinn bevorratung für notzeiten und wundversorgung sowie verhalten bei verkehrsunfällen durchgenommen und das finde ich hochinteressant als ich den führerschein gemacht habe dann muss ich in erste hilfe kurs machen verhalten bei verkehrsunfällen die welt geht unter sand weil so ein kurs würde ja auch nicht angeboten werden wenn die nachfrage nicht bestehen würde der ist so dumm gut geschenkt es ist einfach sie redet sie redet sie redet halt sie sucht sich halt irgendwelche rosinen raus die halt überhaupt nichts miteinander zu tun haben ist in tundenhausen von der mhv ein schulungs- und übungsgelände finde ich sehr interessant und da merkt man einfach mal dass die thematik sich immer mehr ausbreitet und doch langsam das ist ein so dickes heft gewesen wo tausende kurse angeboten werden da ist ein kurs drin das erste hilfe kurs drin aber sicher zur normalität wird das kann man natürlich gespalten betrachten einerseits ist es gut dass es zur normalität wird weil man als prepper dann irgendwann vielleicht nicht mehr abgestempelt wird aber andererseits ist es natürlich auch eine neue normalität nein 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 ich brauche dafür dass liebe vanessa ich kann dir eins versichern das wird nicht zur normalität ihr seid weiterhin die dorftrottel über die man lacht nur um das klarzustellen dass die menschen einfach ja diese angst verinnerlicht haben was ja absolut negativ ist die frage die ich mir stell warum diese kratz nerven mich verschwommen warum diese verschiedenen perspektiven dummheit aus verschiedenen perspektiven möchten die medien die prepper szene in so ein schlechtes licht stellen warum warum diese offensichtliche lenkung der hat da jemand etwa die protokolle der weisen von zion gelesen oder warum redet sie jetzt von lenkung der medien zuschauer der öffentlichen rechtlichen medien natürlich möchte der staat sicherheit vorwiegeln er möchte das ist wieder mal diese die das fehlende grundwissen dass der öffentlich-rechtliche rundfunk ein staatsfernsehen ist das ist es nicht wir haben zwar auch staatskanäle wie zb die deutsche welle aber der öffentlich-rechtliche rundfunk ist eben nicht staatlich gelenkt das ist nicht russia today oder sputnik dass das den staatskanäle die durch den kreml besteuert werden gesteuert werden aber der öffentlich-rechtliche rundfunk ist der objektivität verpflichtet das ist zwar in manchen bereichen sagt man okay das passt mir nicht so aber es ist halt kein staatsfernsehen das ist halt auch schwurbelei was sie davon sich gibt und suggerieren es ist alles in ordnung es läuft alles in geregelten bahnen also ich muss noch mal ich muss noch mal revidieren ich habe ich hatte andere erwartungen an das video ich dachte es hätte sich da in die scheiße reingesetzt und trete mal wieder frei nein nein ich jetzt 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 wieder jetzt behaupte ich direkt das gegenteil also es ist einfach er hat offensichtlich wohl mit jeglicher kritikrecht wenn ich mir diesen quatsch erst sind wir schon bei acht minuten und es nur schwachsinn und es ist schwurbelei ihr braucht euch keine sorgen machen wir kümmern uns darum und wenn natürlich da einzelne aufständige da sind die sagen leute es ist durchaus angebracht dass ihr euch vorbereitet dann wirft das natürlich ein schlechtes licht auf die politik weil die am grunde was ganz was anderes erzählen und liebe manessa schon mal hier hinten das könntest du auch als beispiel nehmen dass viel mehr menschen aufwachen und sich was verändert das hier ist eine das ist ein plattenträger infanterist der zukunft 2 eine schutzklasse 4 weste es sind keramikplatten dass das ding habe ich natürlich jetzt nur wegen der corona situation nein das habe ich seit 2015 als meine neue schutzweste immer für irak und syrien aber sie liegt da hinten und das könntest du jetzt auch als dummes beispiel nehmen weil du die irgendeinen quatsch raus pickst ich möchte nicht sagen dass wir absolut in panik verfallen sollen das aber gerade den panik ist überhaupt nicht das was ich euch damit suggerieren möchte aber es ist durchaus angebracht sich etwas vorzubereiten nicht jeder kann atombunker haben aber jeder kann eine gewisse bevorratung von lebensmitteln zu hause haben und ich betone ich kaufe eine waffe immer wieder es muss ja keine absolute keine absolute notzeit ausbrechen wir brauchen jetzt nicht von einem endzeit szenario ausgehen es sind auch die banalen dinge die mit denen prepper einfach gelassen umgehen können also es gibt ja zwei möglichkeiten entweder ich behandel so wie die vanessa in panik und gibt viel geld aus oder ich kaufe mir einfach für 800 euro eine glock 17 9 mm mit ein bisschen munition und wenn wenn das passiert was was dort was sie angekündigt hat dann fahre ich zu vanessa und klaue ihr die sachen also das ist sie mein lager warum soll ich denn selbst was anlegen wenn ich bei ihr holen kann da reicht doch eine 9 mm beispiel corona wer ist denn nicht in die supermärkte gerannt und hat die regale leer geräumt ja wir wir prepper weil wir natürlich alles zu hause hatten wollte jetzt ein fleißkärtchen dafür das ist ein großteil davon dann beispiel die heizungsanlage fällt aus ist doch schön wenn man eine alternative zu hause hat und trotzdem sich aufwärmen kann ich verrate euch etwas aber das ist das ist prepper insider wissen keiner hört zu das nennt sich decke decke das hält warm das ist so eine art mobile heizung dank mir wenn es kracht oder was weiß ich die sicherung vom herd ist verschmort man kann nicht mehr kochen man steckt im winter mit dem auto irgendwo fest der pannendienst braucht ein ich zünde ein feuer an und sterbe einer kohlenmonoxid vergiftung die stunden der motor startet nicht mehr es ist eiskalt man hat keine rückzugsmöglichkeit ist doch toll wenn man auch im auto etwas hat um sich aufzuwärmen und das sind die taschen mit ach so ne was zum aufwärmen sorry wir essen um was zu trinken dazu haben es muss nicht immer das absolut schlimmste szenario sein wir prepper sind durchaus auch ganz normale leute ein weiteres thema des vielen übel aufstoßt oder dass viele wenn sie an prepper denken sofort mit prepping assoziieren sind waffen ganz viele schreiben immer krisenvorbereitung schön und gut aber wozu brauchst du waffen warum es ist absolut nicht nötig waffen dazu haben doch die machen durchaus sinn um bei vanessa die lebensmittel zu klauen zuhause zu haben und sich mit waffen einzudecken hier möchte ich auch wieder ganz klar differenzieren also zum einen gibt es natürlich sportwaffen die ich auch absolut gern mag ich doch gern mal blinken mit dem luftdruckgewehr oder mit der anbrust schießen mit pfeil und bogen schießen das ist der sport und der spaßbereich sage ich jetzt mal aber wenn man wirklich von einem schlimmen szenario ausgeht mal beispielsweise wir haben in deutschland drei tage keinen strom mehr was glaubt ihr was in diesen drei tagen kein strom passiert das kann ich vorhersagen wir haben neun monate neun monate später haben wir ein baby boom weil die leute halt kein fernseh gucken können und dann stark sind sie halt das wird passieren und ansonsten wenn es härter wird nehme ich mir eine waffe und schaue auf die liste wo die ganzen prepper sind vielleicht macht das macht das für jeden macht das sinn dass sie eine liste anlegt wo prepper wohnen weil weil ihr dort auch außerhalb der supermärkte lebensmittel bekommt natürlich nur mit waffengewalt aber solche prepper lager sind was feines wenn man den prepper dann zur seite geräumt hat das ist natürlich ein humor das ist jetzt nicht ernst gemeint zum einen ist es natürlich zappenluster in der nacht kühlschrank und so weiter herd in der nacht ist es dunkel weisheiten so wird alles nicht mehr wir können keine lebensmittel mehr kühlen oder lebensmittel warm zubereiten die gesamte infrastruktur bricht zusammen es waren keine lkw mehr es funktionieren auch keine navis mehr und so weiter wieso sollten navigationsgeräte die gps gesteuert sind nicht funktionieren das ist auch egal es gibt ein atlas im auto hat verlitten ausfall aber so ein atlas macht immer so den hat man im auto wenn man karten lesen kann das ist ja gab es ja noch vor 20 jahren hatte jeder ein atlas im auto draußen atlas europa an den tankstellen kann nicht mehr bezahlt werden weil das ja alles online verknüpft ist ec kartenzahlung und so weiter telekommunikation ist absolut weg und in drei tagen bricht in deutschland absolutes chaos aus also ich sage wirklich das ist dann ein bürgerkriegs ähnlicher zustand was ein schwurbelmist bürgerkrieg ich glaube ich muss ich muss gleich doch mal schauen wie sie aufs d reagiert sie ist ja komplett sie ist ja komplett fertig sie denkt es bricht bürgerkrieg aus weil die tiefkühlpizza nicht mehr kalt gehalten wird ich habe mir erst kürzlich wieder den film american blackout angeschaut also das ja in amerika ein sehr guter film der von so einem ähnlichen szenario ausgeht und natürlich bin ich nicht für amerikanische zustände ja und ich habe mir alien 2 3 und vier wie die dinge heißen angesehen und glaube jetzt dass auf irgendwelchen raumstationen so fiecher mich angreifen dass jeder mit scharfen waffen frei hantieren kann aber ich bin doch der meinung dass sich der deutsche bürger adäquat verteidigen können muss und also jetzt nicht mal nur in bezug auf blackouts oder dergleichen also wer genau wenn der nachbar die hecke nicht schneidet abknallen die sau preppt und wer das öffentlich macht wie jetzt ich zum beispiel der ist auf der zielscheibe ganz klar oder glaubt ihr etwa mir ist nicht bewusst dass ich die erste bin die daran glauben muss wenn wirklich an so einen zustand eintrifft wenn ich hab's doch gesagt dass ich hier die sachen klaue dann weiß ich es auch also liebe vanessa dann kauf ein bisschen mehr ein ich quasi haus hier und gehen mit dem leute ich habe alles ich habe strom ich habe wasser ich habe lebensmittel ich habe fluchtdrucksäcke ich habe alles ja natürlich ist mir das bewusst aber ich bin auch nicht so blöd dass ich alles nur an einer stelle habe und nur an stellen die ich der öffentlichkeit preisgebe ich krieg das schon aus also waffen ist ein thema des verantwortung braucht und ich bin auch der meinung nicht jeder braucht schärfste waffen aber jeder schreibt hier ich habe robinson crusoe gelesen ist mir vorbereitet wollte sich einfach angemessen verteidigen können und so was jetzt zum beispiel eine anbrust oder so finde ich dann als absolut legitim denn wir etwas besitzen und schon wieder werbung für jörg sprabe muss es auch verteidigen können besonders in krisenzeiten natürlich ich finde es wirklich beschämend dass die öffentliche meinung so dargestellt wird als ob die bevölkerung deutschlands allesamt prepper als spinner abstempeln würden spätestens nach diesem video werden einige mehr prepper als spinner abtun ich habe das ja ich habe noch recht wohlwollenden blick vor diesem video auf die papperszene gehabt aber das was sie davon sich gibt sie ist ja wirklich ein negativ beispiel man muss da ganz klar die ard zdf und die üblichen verdächtigen in die pflicht nehmen und da mal zu hinterfragen warum wird man dort als prepper in ein solches licht gerückt wenn man vielleicht so viel dummes zeug von sich gibt sagt uns doch andererseits die bundesregierung wir sollen lebensmittel bevorraten wir sollen für drei wochen autark leben können warum auf der einen seite so und auf der anderen seite so weil die mal die eine gruppe von menschen vernünftig etwas in ihre vorratskammer reinräumt ohne vom ohne vor der atomkriegsgefahr und bürgerkriegsgefahr des ivans zu reden das ist der unterschied die einen schwurbeln mister her und machen propaganda für kriegsverbrecher putin und die anderen vernünftigen menschen haben einfach was in ihrer vorratskammer und tun sich so eine scheiße hier nicht an warum kann man da nicht einfach mal endlich normalität einkehren lassen dass man diese leute einfach ihr ding machen lässt wer ist denn dann nicht mehr vom system abhängig wenn sich ein dramatischer einschnitt und unsere lebensqualität wie soll ich denn das formulieren wenn irgendwas passiert sind wir die leute die nicht auf das system zurückgreifen müssen und die supermärkte leer kaufen müssen weil wir erstmal für eine gewisse zeit völlig autark sind weil wir alles haben und ich finde es ist jetzt wirklich angebracht mal zu sagen es ist okay was ihr macht es ist okay blicken wir doch mal ein paar jahre zurück meine oma und ich weiß viele im bus dankeschön eure oma werden es genauso gemacht haben die hatte immer einen vollen vorratskeller da war alles es war alles eingeweckt vorratsgläser weggläser voll mit gurken kirschen alles was eben der garten oder die saison so hergegeben hat es waren genügend nudeln zu hause kartoffelpüree so eigentlich nicht nur beide oma ist nicht und was auch immer es war alles in großen mengen daheim mich hat es wirklich sehr genervt weil es schreibt hier einer ist der hat das bei sprache ganz cool bebildet jörg es kann dir jederzeit ein elefant auf den kopf fallen aber deshalb kaufe ich keine flag ja kluger satz natürlich viel platz weggenommen hat damals hatte ich dieses denken noch nicht aber damals war das noch völlig normal warum diese leute haben den krieg durchgemacht und die wussten was es heißt einzustecken und fast nichts zu haben und die waren froh wenn sie dinge bunkern könnten als sicherheit das war für jede großeltern von uns normal fragt doch mal eure großeltern wie das damals war ob die auch die vorratskeller voll hatten und jetzt ist es vollkommen schaut immer den spinner da an der hortet lebensmittel zu hause ja und wenn man es doch regelmäßig ist und immer wieder austauscht spricht doch nichts dagegen wenn man für mehrere wochen einfach lebensmittel zu hause hat und bei mir ist natürlich auch noch der bezug zum selbstversorger sein da ich habe einen großen obst und gemüsegarten ich weckte die sachen ein wäre auch schade wenn ich vergammeln lassen würde ich gehe in die natur raus ich sammle mir da meine heilkräuter meine tees heilkräuter eine kleine kräuterhexe ja es ist eigentlich eine vermischung von verschiedenen interessengebieten und für mich ist es vollkommen normal dass ich einfach viele lebensmittel sei selbst gesammelt selbst produziert oder gekauft zu hause habe ich wünsche mir dass ein umdenken in der gesellschaft stattfindet dass prepper nicht mehr automatisch abgestempelt werden oder eine spinnerecke gestellt werden ich möchte dass prepping gesellschaftsfähig wird nicht aufgrund der situation sondern dass jeder einfach in der lage ist sich in gewissen situationen auszuhelfen selbst zu helfen wenn irgendwas man nicht mehr verfügbar ist oder nicht mehr funktioniert dass man nicht vollkommen auf die schnauze fällt sondern dass man einfach ja auf ein gewisses repertoire zurückgreifen kann und warum man als prepper automatisch rechts ist das kann ich euch nicht vollumfänglich ach das kann ich euch auch nicht sagen nachdem sie hier so viel über putin geschwafelt hat würde behauptungen über annalena baerbock die halt fake news sind und sie bürgerkrieg an die wand gemalt hat keine ahnung warum solche leute für rechts gehalten werden oder für spinner ist mir ein absolutes rätsel nach diesem video wirklich nicht beantworten aber vielleicht habt ihr eine idee warum dieses denken in der gesellschaft noch so verwurzelt und verankert ist ich weiß es nicht ich habe natürlich meine theorien die habe ich euch ja jetzt schon erklärt aber so richtig zufriedenstellend ist das für mich nicht vielleicht habt ihr eine idee warum das so ist schreibt es mir doch gerne in die kommentare wie gesagt die angst in der bevölkerung ist vorhanden die steigerung der beteiligung am russland ukraine konflikt ist da es wird immer mehr jetzt immer schon bei panzern was kommt als nächstes geschichten aus dem paulaner garten ich heiße diese situation nicht gut und sie macht mir auch ordentlich bauchschmerzen muss ich ganz ehrlich sagen ja 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 dann macht ihr eine wärmflasche und halt am besten den mund wer weiß was in den nächsten fünf jahren passiert aber ich fühle mich besser wenn ich zumindest eine gewisse grundausstattung habe und auf ein gewisses grundwissen zurückgreifen kann schreibt es mir das wissen das auf jeden fall nicht vorhanden keine ahnung jetzt hat die das hat sie wohl auch noch mal aufs day reagiert also nach diesem video er will mich verlor gott das werden wir direkt hinten dranhängen ich schaue mir jetzt den ich an denn ich habe meine eigene meinung und will jetzt mal schauen was was sie dann noch aus dem oberstübchen von sich gibt denn so wie ich es mitgekriegt haben hat stay wohl das vieles als schwurbelei abgetan und damit hat er halt damit hat er halt vollkommen recht so ist das halt das ist halt schwurbelei was sie von sich gibt oder wie lange ist das die video gibt es das überhaupt ich glaube das gibt es gar nicht na gut 50 minuten das müssen wir uns nicht anschauen wir schauen lieber die schwurbel tante an das sind mich nur zwölf minuten nach meiner nominierung zu 7 vs wild sprang der youtuber stay aka marcel auf den zug auf weil er auch etwas von dem erfolg der show ab und ich den vollen namen sagen wobei sie den wahrscheinlich nicht weiß ich weiß ihn aber ich liege ihn jetzt nicht er hatte einen neuen namen haben wollte er veröffentlicht ein reaction video über mich das ist wirklich in sich hatte der stay hat generell einen sehr sehr zweifelhaften ruf warum weil ihm vollkommen egal ist welche auswirkungen seine reaction videos auf das berufliche und private leben der person die von ihm bearbeitet wird hat das ist ihm vollkommen egal ja das ist manchmal bei ihm so das stimmt nur in dem kontext was sie von sich gibt kann man sie sehr wohl hart kritisieren da da würde ich dann ausnahmsweise mal auf der seite von stay stehen das streamer marcel oder hast massel veröffentlicht kaum eigenen content überwiegend generiert er einnahmen also geld mit dem content mit dem video material anderer und was macht er dabei urteilen immer nennt sich reaction und das ist auch vollkommen legitim und legal negativ was positives findest du bei dem eigentlich nicht und ich finde das ist ein sehr sehr bedenkliches geschäftsmodell man bedient sich pausenlos an fremdem video material man urteilt drüber weist aber nicht mal ein impressum auf was eigentlich einen seriösen youtuber auszeichnet whataboutism inzwischen gibt schon reaction videos über reaction videos doppelt dämlich doppelt faul doppelt blöd natürlich habe ich euch all diese videos hier unten in der video beschreibung verlinkt also wenn ihr doch mal da ein blick drauf werfen wollt bitte nur zu das day hat in seinem reaction video mein thema prepping aufgegriffen und ich habe in diesem video darüber gesprochen warum nicht alle prepper recht sind gezielt hat aber dass ein zuschauern ein gewisses bild von mir vermittelt welches dafür braucht es day gar nicht um das bild dieses der schwurblerinnen zu vermitteln das kriegt sich schon ganz gut alleine hin ich wundere ihr könnt euch denken allein der titel seines videos fritz meineke lädt schwurblerinnen zu seven versus wild ein der sagt doch eigentlich schon alles und daraufhin schwappte natürlich die stimmungsmache zu videos zu anderen videos zum thema seven versus wild über und die medien griffen die ganze sache auf mir wird jetzt dieses hin und her mit den kamera das geht mir so auf den piss man macht doch eine kameraeinstellung schweiße medien dank der stimmungsmache von marcel vorgeworfen ja wir wissen dass er eine schwurblerin ich pflege enge kontakte zu rechten verschwörungsideologen und zu reichsbürgern so viel dazu aber das war es noch nicht zudem wird mir auch noch vorgeworfen ich betreibe mehrere facebook gruppen ja wir reden von der mehrzahl in den rechtsextremes gedankengut gedankengut von reichsbürgern und gedankengut von verschwörungsideologen hier gut geheißen wird das kann ich nicht beurteilen ob das stimmt das wäre eine tatsachen behauptung die ja juristisch nachgewiesen werden muss das ist mir aber auch ziemlich wurscht was sie betreibt oder was sie betreiben könnte das video was wir uns zuerst angesehen habe dass das war es für mich schon komplett damit hat sich die person schon ins ausgeschossen und das ist ja ein relativ junges video geteilt wird schlichtweg eine sehr sehr fragwürdige gruppe und diese soll ich betreiben vollkommener quatsch und ja leute jetzt macht sich wieder diesen kamera wechsel ich weiß dass das die aussage dass er marcel heißt durchaus eine drohung ist seinen echten namen zu liegen ich gehe aber davon aus dass diese dame zu unfähig ist richtig zu recherchieren ich war ich kenne den echten namen von stay und ich garantiere sie wird ihn nicht finden den namen da muss man da muss man gut wühlen da ist er nicht schlecht gewesen ich werde teufel tun in seine privatsphäre einzugreifen und den namen zu sagen niemals oder gar keinen umständen aber das was was sie da macht das ist natürlich auch peinlich das ist das soll auch argumente bringen statt at hominem zu gehen an dieser stelle ein ganz klares und eindeutiges statement weder im virtuellen noch im realen leben verbreite und vertrete ich rechtes gedankengut und das hat melanie müller übrigens auch gesagt zu rechten gesehen leute ist auch sie gehört nicht gedockst warum auch weil er scheiße redet manchmal weil ich ein kacke finde ich bin nicht der maßstab aller dinge das wäre faschistoid in vergangenheit und auch jetzt in der gegenwart weiß ich vehement von mir zurück mit solchen menschen hatte ich nie etwas zu tun und mit mit solchen menschen möchte ich auch nie etwas zu tun haben und natürlich betreibe ich keine facebook gruppe für rechtsradikale oder reichsbürger oder schwurbler verschwörungstheoretiker was auch immer mit solchen menschen habe ich nichts zu tun als admin halte ich zeitweise bei der betreuung einer gruppe die gegen die eine petition gegen die verschärfung des waffengesetzes unterstützte und erkennt ja und dann hast du halt solche schwurbler da drin ich kenne diese gruppen das mag ja eine vernünftige intention sein ich finde das waffenrecht bei uns auch ein wenig übertrieben in mancher hinsicht aber die leute die du immer dort anzieht das ist schon maximal unangenehm das wort boomer ist schon sehr verharmlosend das ist schon da sammelt sich wirklich so viel pack gerade auf facebook das ja schon eine boomer plattform ist kann dieser gruppe war es einfach diese thematik aufzugreifen zu diskutieren und die waffen gesetzverschärfung zu stoppen und so vom zeitraum her war das ungefähr mitte dezember 22 bis mitte januar 23 und jetzt möchte ich zum thema hier kommen jörg und ich wir kennen uns jetzt inzwischen schon viele jahre und uns für beide verbindet wirklich eine ehrliche und authentische aufrichtige freundschaft also wir kennen uns nicht nur über youtube sondern auch im privaten leben vor zwei jahren bin ich sehr schwer erkrankt und ich war aufgrund dieser erkrankung kaum noch in der lage videos zu produzieren ich bin selbstständig ich lebe von den youtube videos unter anderem und der jörg hat mir während dieser schweren zeit das angebot gemacht er würde mir unter die arme greifen indem er für mich videos produziert komplett fertig bearbeitet und ich müsste sie dann nur noch hochladen und durch diese hochgeladenen videos könnte ich dann ja geld einnehmen davon leben und man muss jetzt dazu sagen der jörg ist jetzt nicht einfach irgendein kleiner youtuber mit ein paar tausend abonnenten das ist einer der hat so waffen verkauft aber wo ist denn also das video ist ja schon fast zur hälfte vorbei und es ist jetzt keine einzige aussage drin die in irgendeiner weise stay widerlegt sie sagt nur nein ich war es nicht das kann sie machen aber gibt es gibt es wirkliche fakten wo er richtig ins do gegriffen hat oder erzählt sie jetzt nur ihre private ihre private beziehung zu diesen sprache typen sprechen hier von einem youtuber mit drei millionen abonnenten das sagt auch nichts aus die anzahl seiner follower sagt überhaupt nichts aus hitler hatte auch viele wähler jetzt ohne einen einen faktor und eine gleichsetzung zu machen das ist jetzt einfach es ist halt einfach unsinn zu sagen drei millionen follower ich meine der 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 kanal an ominous kollektiv hatte auch zwei millionen follower bei facebook bis er dann endlich gelöscht worden ist und die hintermänner als rechtsradikale und waffenhändler enttarnt worden sind und man müsste meinen wenn ein create ein youtuber so groß ist sie vergleichbar so viele follower hat dann werde abgehoben und arrogant und würd sich im dreck um andere kleine unbedeutende youtube kanäle scheren nein nein also wie kommt es denn darauf nicht alle sind so wie rewi im quatsch rewi ist nett aber ist seine masche aber schaut doch abk der ist auch bodenständig was soll denn der unsinn aber ich habe nur 27.000 follower und ich bin eine arrogante sau im mega abgehoben und an mich kommst du nicht ran also ist es wirklich überhaupt nicht so er ist einfach unglaublich menschlich er ist so hilfsbereit und ich kann wirklich aus tiefster überzeugung sagen dass der jörg genauso wenig wie ich irgendetwas mit rechtsradikalem gedanken gut zu tun hat also ich habe wirklich selten in meinem leben so einen ehrlichen aufrichtigen und loyalen menschen wie jörgs sprache kennengelernt und dazu stehe ich als frau die oft tagelang alleine in den weltern unterwegs ist und da schon die ein oder andere sehr unangenehme situation erlebt habe bin ich auf die das klingt irgendwie komplett falsch möglichkeiten der legalen selbstverteidigung angewiesen und hierbei halte ich mich stets penibelst an das deutsche waffengesetz hier kann man mir also überhaupt nichts vorwerfen rein gar nichts übrigens ich habe zwischenzeitlich während dieses videos einen reddit link bekommen mit einem dampf easy upload zu dieser facebook gruppe wo unter anderem auch videos von tim kellner geteilt werden und hetze gegen migranten und so weiter ich glaube das könnte ich eigentlich das ist ja sind die öffentliche daten noch unter dem video verlinken vor dem hintergrund könnte wohl stay auch da recht haben das jedenfalls öffentlich ja das ist ein öffentlicher dampf dieser dieser facebook gruppe kann man durch einmal durchaus auch mal dann verlinken unter dem video und politisch bin ich weder einer rechtsradikal denkenden oder ausländer feindlich denkenden partei wohlgesonnen oder von deren ideologien überzeugt davon möchte ich mich ganz 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 klar distanzieren und ganz ehrlich ich wünschte dass youtuber wie stay oder marcel die zu faul sind das ist so unangenehm dass sie dann immer sein vornamen er heißt er heißt marcel oh du bist so toll du weißt so viel über ihn das ist wirklich unangenehm wenn jedoch einfach stay so kennt man ihn selbst content zu kreieren ja das ist wirklich aline bachmann vibes die die unter dem deckmantel der vermeintlichen internet anonymität geld mit urheberrechtsverletzung und diffamierung sind keine sind keine urheberrechtsverletzung das ist ein das ist erstmal ihr erklärt der dame es ist ein zulässiges gesamtzitat im kontext einer politischen auseinandersetzung das ist einfach so dagegen kann sie gerne klagen wird sie auf der schnauze landen stay reagiert auf politische inhalte da wird es schwer mit der ihrer klage und ich reagiere als journalist auf diese inhalte noch einmal im gesamt kontext einer person wird der relativen zeitgeschichte und einer umfangreichen politischen behandlung und da kann sie nichts machen so einfach ist das außer sie hat was gegen die pressefreiheit das könnte man vermuten so sehr wie sie über russland und ukraine da verwirrende inhalte in bezug auf putin gebracht hat anderer verdienen dass diese menschen dafür verantwortlich gemacht werden könnten was seine zuschauer aufgrund von seinen videos verbreiten eigentlich sollte ich das manipulative video von stay in denen er meine meinung ganz gezielt verzerrt und seine zuschauer gezielt in eine richtung lenkt wegen urheberrechtsverletzung sperren lassen das wird eben dann einen strike einkassieren das ist okay also jemand der also entweder ist dort rechtlich etwas problematisch dann kann sie das machen aber nicht wegen urheberrecht also wer das urheberrecht benutzt im kontext der auseinandersetzung bei so etwas wo keine straftat vorhanden ist der beweist nur dass er unrecht hat und das stay vollkommen recht also sollte dieser strike kommen brauche ich mir keine videos mehr anschauen in dem kontext sage ich dann zum thema jörg sprawe und vanessa blake oder wie sie heißt dass die immer recht hat egal was sie noch sagt und was er sagt er hat dann absolut ab dem moment hat er immer recht fertig mein schrank dankeschön für den rate eine massive verwarnung von youtube bei drei strikes ist der kanal gelöscht von youtube könnte ich machen mache ich aber nicht weil so kaltblütig und berechnend bin ich nicht das wäre kriminell schadenersatzpflichtig würde sich blamieren wir hatten das thema das hat bei mir salim samatur versucht und hat damit hat solche ohrfeigen kassiert vom landgericht hamburg das wird halt einfach wenn sie zu viel geld hat kann sie das ja gerne machen weißt du aber sie verliert zeit also braucht es jetzt nicht auf gönner tun sie sie hat kein recht für den strike das wäre halt und ungesetzlich unrechtlich ein unrecht mäßig richtig und jetzt seien wir doch mal ehrlich ihr könnt ihr ehrlich sein das erste mal von prepping halten dass ihr wollt letztendlich betrifft es nicht prepper in keiner art und weise und es ist doch irgendwo auch dasselbe wie survival strategien praktizieren jeder ist stolz dass es beherrscht und doch auch froh wenn er es nie in einer realen situation benötigt und es ist äußerst unwahrscheinlich dass die erprobe sie will ich nicht im wald über den weg laufen ist ja bestimmt sehr unangenehm und survival strategien jemals vonnöten sein werden in einem ernst fall trotzdem wird kein schlechtes licht auf survivalisten geworfen und prepper ist halt was anderes ob jemand survival training macht weil das auch gesund ist und weil man da ein bisschen was von der natur lernt und das einfach auch vielleicht spaß macht das halt was anderes als dass jemand hier panik verbreitet und für den bürgerkrieg faselt und sich dann prepper nennt wir arbeiten ähnliche unwahrscheinliche extrem situationen und bereiten sich darauf vor survivalisten benutzen messer bögen armbrüste zum üben von jagdstrategien zum einüben von ich nehme ein g36 damit die sache gegessen da brauche ich keine armbrust vollkommen legitim was hier betrieben wird leute das ist nichts anderes als eine moderne hexenjagd und ich lass mir garantiert nicht sagen dass ich auch nur ansatzweise kontakte zu rechten oder zu reichsbürgern oder zu verschwörungsideologen habe diese sie hat doch selbst und unsinn von sich gegeben haltlosen anschuldigungen die weiß ich echt nachdrücklich von mir zurück und wissentlich falsche ansichten und tatsachen unter dem deckmantel der vermeintlichen internet anonymität zu verbreiten das ist verleumdung und verleumdung ist strafbar und das was hier teilweise geschrieben wird leute das gibt ganz ehrlich weit 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 über die freie meinungsäußerung hinaus okay beispiele die presse plappert jetzt einfach die schmutzigen fanboy parolen nach ein gutes beispiel für einen sohn fanboy der mich in öffentlichen kommentaren beleidigt und mehr rechte kontakte andichtet findet ihr hier unten in der video beschreibung und auf solche unbedachten aussagen wird das fundament fundament der berichterstattung gestützt es interessiert die journalisten schlicht und einfach nicht was das für auswirkungen auf mein berufliches und auf das privatleben von mir und meiner kinder hat hat die wirklich ingame verlinkt ich gar nicht das leute das zeugt von echt schlechtem journalismus auf unterstem seriösitätsniveau das verletzt aufs massivste meine persönlichkeitsrechte ja dann macht eine einzelne verfügung dann könnte wird das presserechtlich ja sehr gegendarstellungsmöglichkeit doch easy und mit diesem video möchte ich ganz ganz klar stellung zu den vorwürfen beziehen und mich davon unmissverständlich abgrenzen und ich möchte euch das verdeutlichen was euch jeder aus meinem privatleben so bestätigen könnte ja und wie ihr mir jetzt helfen könnt als meine zuschauer verfolgte mich ja wahrscheinlich schon über mehrere jahre ich weiß dass unter meinen zuschauern auch viele leute sind die mich im realen leben auch kennen ihr wisst dass ich in keiner art und weise radikal veranlagt bin und ihr alle ja das ist mein junk sie begreift wirklich nicht sie dass sie nicht dass sie nicht kritisiert weil sie prepper ist sondern weil ihre aussagen halt scheiße sind und sie halt im ersten video auch unter anderem lügen verbreitet hat über annalena baerbock so verschwurbelten fake news und sind ist halt so verschwörungstheoretischer müll ja es kommt auch natürlich auch achmad könnt bestätigen dass ich mit rechten gedankengut und ja jeglicher form des radikalen schlicht und einfach nichts zu tun habe ich in der video beschreibung namen aufgelistet und zusätzlich zu diesen namen habe ich euch aufgelistet als was mich diese personen betitelt haben das sind sorgen so genannte schon jetzt haben wir den ersten fanboy von ihr bräubelt hast du beweise ja ich beweise ja veröffentlicht habe es ja gezeigt im video jetzt mal aufgepasst und jetzt nicht reinkommen und rumheulen ist wobei journalisten die müssen sich an das abwägegebot halten das abwägegebot das soll bei einer möglichen berichterstattung die journalisten dazu bewegen abzuwägen ob das öffentliche interesse überwiegt oder ob die berichterstattung dem privatleben der person zu sehr schaden würde ja da hat sie ein bisschen recht und ich als journalist und zwar professioneller journalist der unter anderem für yahoo news oder die jerusalem post schon veröffentlicht hat kann sagen dass das öffentliche interesse auf jeden fall gegeben ist und sie hier sich nicht auf das privatleben zurückziehen kann weil sie sich selbst zur personen personen des öffentlichen lebens gemacht hat und mit ihren schwurbler aussagen mit widerspruch zu rechnen hat und das ist teil der meinungsfreiheit man kann man kann gerne sagen was man möchte aber man muss damit auch klarkommen dass einem widersprochen wird ob es zu sehr ins negative gezogen wird und bei dieser art der berichterstattung da überwiegt doch haushoch der schaden meines privatlebens also sie hat noch in einem video behauptet dass anna lena baerbock den krieg erklärt und dass wir bald bürgerkrieg haben und dass da drei tagen die welt zusammenbricht und wenn man sie dafür kritisiert darf man das nicht okay als allein verdiener sind meine drei kinder auf mein einkommen aus der selbstständigkeit angewiesen ja da würde ich als mutter vielleicht mal aufpassen dass du nicht mehr so viel schwachsinn von dir gibst und ja also schwurbel zeug dann sind nämlich nicht diejenigen daran schuld die dich dafür kritisieren und die deinem schwachsinn widersprechen und ein lügen sondern du kannst selbst so ist das halt und die personen die sehe ich jetzt hier wie formulieren wie ausgeier auf diese berichterstattung stürzen die können überhaupt nicht erahnen was oder wie sich solche unwahren anschuldigungen auf mein privatleben auswirken ja das ist so menschen wie anna lena baerbock haben extrem mit einer einschränkung ihres privatlebens zu kämpfen weil menschen wie vanessa blake über sie schwachsinn verbreiten und das zu hasswellen führt und die die ministerin halt den höheren personenschutz braucht das ist schon richtig aber eine eine vanessa blake die hier die ganze zeit unsinn von sich gibt die kann ja auch aufhören unsinn zu reden das trinkt sie ja keiner den sprachsinn von sich zu geben nicht nur auf mein leben sondern auch auf das meiner kinder und was das für meine berufliche existenz auch bedeutet ja ja dann hör mal auf ganz ehrlich dann hör auf dann hör auf lügen zu verbreiten und dann wird es vielleicht besser und vielleicht möchte ich selbst die heißt die heißt plank 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 ist mir auch egal ganz erstmal wie wie sie halt irrelevant irrelevant dann ich will sie nicht dauernd duzen blank oder blake oder plank absolut wurscht daher ist es ihnen künstlername und dann sagt man das video ist alter schinken das video ist paar stunden alt bild von dieser art und weise der berichterstattung machen und die macher und urheber dieser texte darüber in kenntnis setzen dass ich absolut nicht in die rechte ecke gehören ja und zu guter letzt möchte ich euch bitten dieses video einfach zu teilen ja oder dem system zu widersprechen dieses video ist extrem schwach sie hat wirklich nichts überhaupt nichts gebracht was stay widerlegen würde die frau vanessa blank oder blake ist mir auch wurscht wer ist es eure meinung schreibt unten in die kommentare abonniert meinen kanal aktiviert die glocke lasst ein like da ja so ist es halt einfach ist der hat recht bis dann